Hallo Leutz! Flugwetteraussichten hohe Wand für die kommenden Tage. Freitag 16. Juli bis Sonntag 18. Juli 2021. Freitag. Ein Wechselspiel zwischen etwas Sonnenschein, aber auch stärkerer Bewölkung. Am Nachmittag sind vereinzelte kurze gewittrige Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. Mäßig starker nordwestlicher Wind, der auch etwas aufleben könnte. Samstag. Meist dicht bewölkt und immer wieder zum Teil recht kräftige gewittrige Regenschauer. Es könnten große Regenmengen zusammenkommen. Die Temperaturen bleiben sommerlich, so wird es in der feuchten Luft recht schwül. Mäßig starker bis kräftiger Wind aus Nordwest bis Nord. Sonntag. Am Vormittag ändert sich am regnerischen schwülen Wetter nichts. Erst im Laufe des Nachmittages beginnt sich das Wetter zu beruhigen und die Sonne kommt immer öfters hinter den Wolken hervor. Mäßig starker bis kräftiger nördlicher Wind. Der weitere Wettertrend. Der Montag könnte möglicherweise trocken verlaufen, aber die Wolken dürften überwiegen. Am Dienstag ist wieder höhere Gewitterneigung angekündigt. Der Wind bleibt eher kräftig aus nordwestlicher Richtung.